So bist du mehr, meine Tochter in der Welt. So bist du mehr, meine Tochter in der Welt. Hi, ich bin Andi Strauss. Nochmal. Ich bin hier gerade im Keller von der Staatsoper Hamburg und eigentlich wäre hier oben, also nicht im Keller, demnächst ein Opernslam gewesen mit der Zauberflöte. Ja, das wird hier erstmal so nicht stattfinden, denn wir haben am 28.11. gewesen und da ist noch ein bisschen Teil-Lockdown, aber es wird ein digitales Event geben. Haltet mal eure Ohren und Nasen und was hat man noch? Augen geöffnet.